okay sind wir hier mittendrin so genau wie kann man leben nehmen noch mal hier haben wir einfach so verplant aufzunehmen aber dann haben wir noch mal geregelt leben nehmen wenn du da auf deine kräuter darauf drückt sind die noch mehr oder was mehr flinten muni gemacht sie werfen immer noch sachen rum hast du die man nicht noch nicht alle hast du alle getötet ja also bis jetzt die oben hier wirft noch sachen rum ach so da oben ist nur eine ja die sich auch aber scheiße ich jetzt drauf hier ist eine kiste noch wie kommt man denn da hoch zu der frau so ein tor wo man schlüssel wie kommt man denn da hoch zu der frau hier ist leider genau ich geh jetzt hoch zu der die fresse so schlampe ich bin schon wieder ein so ein mist ding reingelaufen und hinter mir ist noch so ein drecksmann hier ist noch irgendwo einer ja genau wo ist der da hinten da müssen wir bestimmt auch in planze was willst du was willst du mit deiner scheiße sagt sich in die fresse habe ich dir die oma wo ist denn der andere da der so rumwirft doch da unten kommt jetzt auch runter und geht so runter zum wasser auch ne bist du da ja da ist auch der mann am werfen die scheiße da hat er sich verwandelt wieder hat sich verwandelt der ist jetzt aufgestanden wieder an zum kruppel alter was will er von mir so dreh ich ihm in die fresse da der ist zermatscht in der mitte durch seinen eigenen scheiß und der jetzt eigentlich auf ja genau ich gehe hier in die tür hier die tür kann man auftreten genau ich trete mal gegen ich bin jetzt hier drinnen hier ist ein fisch hier ist ding ja genau da ist ein schrank pass auf hier piept es irgendwo höre ich ja genau hier wieder einen schlüssel braucht man den haben wir gar nicht da ist schießpulver und auf dem boden muss man auch mal gucken mit diesen ach so da ist hier so hä wie soll man denn da durchkommen wo es piept ach so man muss ausschalten wie denn man muss da hingehen wie denn das ding ausmachen wie machst du es denn aus mit der hand oder was also ja zu den geräten mit x ach cool hier sieht ein bild krass ne hier sieht es auch cool aus hier ist so eine puppe wo ist ein bild da auf den tisch und schieb jetzt den schrank da weg ach so da ist ein bild warte ich guck mal das bild an so was ist das man ich wollte es so greifen wie bei resident evil also ich muss das hier so gedrückt halten damit das weg schiebt und einen mich wohl getroffen der kleine wichser der village meint zack alter sau dreh dich in die fresse du penner ich hab den vollen schnauze getreten das hat ihm gereicht ich hab ich trete jetzt hier den boden ein ne ja genau hab ich auch ich bin noch nicht unten ich guck doch nur kurz ok jetzt drück ich rauf und geh runter ich bin reingesprungen alter voll dunkel ne genau taschenlampe da ist einer drinnen hallo ja da ist einer drinnen da ist video krass da Tom Cruise ja Tom Cruise hat er gefunden Tom Cruise und Brad Pitt sind da ja wie aufmerksam Senior egal hast du ne Kippe weißt du die sind ein wahres Grab oh na gut dann mach mich wenigstens los hm mach mich wenigstens los hm oh nein nicht der Typ wer sind sie stehen bleiben krass alter was macht der der nimmt uns jetzt mit nein da jetzt haben wir das Zombiegen in uns Kapitel beendet und Schreibmaschine was macht man jetzt Schreibmaschine oder was ja genau das Speichern Schreibmaschine genau überschreiben überschreiben ok krass mach ich Aufnahme beenden genau nur 6 Minuten ne ja genau genau dann machen wir morgen weiter alter ja genau krass schon Kapitel beendet ich hab nicht gedacht ja ja Das war's.